Achti! 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 1 zu 0, 41. Minute! Panetta trennt den Eckpunkt. Abgelenkt! Pfosten! Was für Torchancen für die Schweizer! Und dann Streller erneut mit einer 99,99999%igen, sonst wäre es ja ein Tor gewesen. In der Mitte von Landen, wenn der den Ball kriegt, es kriegt ihn ein anderer! Es ist Perami und es fällt das 2 zu 0! Magnin aufs Netz! Der Magnin kennt wirklich keine halben Sachen.